Ja. Mario Basler. Was ist dein jetzt Lied? Ähm... Nächste Frage. Lieblingsfarbe? Rot. Hey! Magst du's trotzdem mal probieren? Ich schreib mit, okay? Today? Helena. Today? Today? Mädels, bitte. Is... Monday. Super! Today is Monday. Dann switchen wir mal ganz kurz für Hausaufgaben. Dann leuchte ich dir jetzt mit der Lampe in die Augen, okay? Kennst du? Einmal Augen auf. Gut. Augen zu. Augen auf. Alles gut. Guck. Gar nicht schlimm. Das Risperdal, das wir Benni testweise geben wollen, wirkt bei Kindern impulshemmend. Eigentlich ist es ein Neuroleptikum für erwachsene Schizophreniepatienten. Aber leider gibt es noch keine Langzeituntersuchungen bei Kindern mit einem IQ über 80. Und dann ist das Risperal im Ön. Ich hab schon gesagt, dass wir die Musik verbaut haben. Ist nicht gut.